moin moin freunde des tabaks ja wie man sieht der tabak wächst und gedeiht nächstes jahr werde ich vermutlich mal drei wochen später anfangen jetzt ist natürlich der vorteil die pflanzen haben schon eine gewisse höhe wenn ich die jetzt raus setzte das vermutlich ein bisschen widerstandsfähiger ist deswegen werde ich wahrscheinlich auch probieren vor den eisheiligen den ende april bzw anfang mai rauszusetzen ja mal schauen und bin dann gespannt da werde ich auch dann das nächste video mal bereitstellen wenn ich den tabak rausgesetzt habe hier drüben ist der rosenkohl der wächst und gedeiht und dann kommt noch grünkohl insofern ja dann einen schönen oster montag